Oh, das weiß ich. Ich hab sie mit dabei. Guten Morgen. Hallo Sarah. Na, schön dich zu sehen. Danke, gleichfalls. Ich freue mich. Kopfhörer auf. Na klar. 90 Sekunden Zeit, also 1 Minute 30 Sekunden für ein unvorbereitetes Interview mit diesem Benster hier an deiner Seite. Viel Spaß. André nimmt die Zeit und los geht's. Hallo. Guten Morgen. Wie schön dich zu sehen. Dankeschön. Und diesen schönen Akzent. Oh, danke. Das heißt, wie lange bist du jetzt in Hamburg vor uns? Ich bin ein paar Minuten erst hier. Und auch nur noch ein paar Minuten hier. Okay, also nur für uns heute. Sehr schön. Für Sarah. Oh, das ist aber ganz lieb von dir. Gut, also Interviewfragen, ne? Unvorbereitet. Ganz genau. Was steht als nächstes für dich musikalisch an? Sehr gut, das mag jeder Musiker. Ich werde ein neues Album machen mit ganz vielen Welth-Hits drauf. Oh mein Gott, das ist so amazing. Und ich werde spielen meine Tour am 10. Juni in die Barclays Arena und es gibt nicht mehr viele Tickets. Was für einen Akzent mache ich? Wer ist das eigentlich? Es gibt nicht mehr viele Tickets. Ich komme nicht drauf. Ich auch nicht. Ray Garvey. Das ist Ray Garvey-mäßig. Ja, Ray Garvey. Okay. Und ich komme auch. Ray Garvey komme auch. Oh mein Gott, das ist so amazing. Das ist great. Okay, also am 10. Juni oder Juli? Juni. Juni 2023. Da habe ich mein 30-jähriges Bündnis. Wow, 30 Jahre. Da warst du noch nicht auf der Welt, oder? Du bist wie jung. 32 Jahre. Oh, lucky you. Genau, aber ich muss sagen, seit meiner Jugend an immer begleitet. Ich würde sagen, ich hätte bestimmt auch ein Fanposter. Ja. Du siehst ein bisschen so aus wie jemand, der vielleicht Blümchen gerne hatte früher oder so. Ja. Ja. Das war immer richtig toll. Natürlich. Blümchen ist immer noch toll. Ist jetzt eine Blume. Und die Zeit ist um. Oh.